Mein Name ist Ahmed, ich bin 25 Jahre alt, ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor mit dem Schwerpunkt Marketing und bin im achten Semester. Mein Fachabitur habe ich im Bereich Wirtschafts- und Verwaltung gemacht, deswegen habe ich mich auch für Wirtschaftsingenieurwesen entschieden. Der Schwerpunkt Marketing reizt mich, da es alle Prozesse im Unternehmen beeinflusst. Das Marketing beeinflusst das Produkt, den Preis, wo wir es ansetzen und wie wir es verkaufen. Der Schwerpunkt Marketing ist hier sehr vielfältig und man bekommt umfassendes Wissen vermittelt.